Musik Es ist Teil der neuen Realität. Es ist Teil der neuen Realität. Es ist Teil der große Dimension, die wir dort bewegt haben. Es geht um 65 Milliarden Euro, wenn man alles zusammenrechnet. Es geht um 95 Milliarden Euro, wenn man die beiden ersten Entlastungspakete... Das ist Teil der neuen Realität. Das ist Teil der neuen Realität. Das ist Teil der neuen Realität. Das ist Teil der neuen Realität.